Hallo Eli, hier ist der Bormann, der Lehrer aus Berlin. Ich habe mir gerade ein Video angeguckt und ich lese dann immer ganz gerne die Kommentare, die darunter stehen. Und ein Kommentar mit 127 darauf folgende Kommentare lautet Ich bin Oma, mich muss niemand schützen und schon gar nicht die Regierung. Tja, jetzt lese ich mal weiter. Ich bin auch Oma, wir Frauen wissen unsere Kinder zu schützen, da wird die Löwen wach. Nächster Kommentar Angela hat es wohl auch eher als Drohung gemeint. Nächster Kommentar Melde mich auch als Oma Seit März werde ich als alter Mensch behandelt, wie ein sabberndes Kleinkind. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mit 70 solch eine Wut entwickeln kann. Bin auch Oma, da fühle ich mich doch gleich gut aufgehoben. Schließe mich mit großer Freude dieser ehrenhaften Runde an. Ladies, meine Hochachtung, ich bin leider nur Großonkel. Noch eine Oma, aber erst in drei oder vier Monaten. Hihi, ich bin auch Oma und das von ganzem Herzen. Mich muss auch niemand schützen, das schaffe ich ganz allein. Das geht mir genauso. Diese Anmaßung alten Menschen gegenüber ist einfach unerträglich. Ich will weder gute Ratschläge von einem Herrn Spahn oder Drosten oder wie sie alle heißen, noch will ich bevorzugt behandelt werden, wenn es um diese unerprobten, schrecklichen Impfungen geht. Sollen die sich doch impfen lassen, wenn sie sich damit besser fühlen. Ich brauche diese Impfung nicht und lasse mich auch nicht mit einem sogenannten Impfpass erpressen. Schließe mich dieser Runde an. Bin bisher ohne Grippe durch die kalten Jahreszeiten gekommen. Wieso sollte das sich jetzt ändern, wenn ein staatlich verordneter Knallerball durch die Luft fliegt? Halte durch! Ich gehöre auch zur Runde der Omas und sogar meine Mutter mit 82 Jahren hat das Spiel durchschaut. Liebe Grüße an die Runde. Ich bin auch Oma und voll und ganz in der Lage, mich selbst zu schützen. So, so, alles Omas, da bin ich doch dabei. Mein Leben lang war und bin ich allein für mein Leben verantwortlich und das nimmt mir niemand. Dito darf meine Enkel leider nicht knuddeln, leben im Ausland. Mein jüngster Sex glaubt auch an Aliens, so wie seine Oma. Da schließe ich mich an. Auch ich bin eine Oma und ich sterbe, wenn meine Zeit gekommen ist und niemand ist dann schuld, schon gar nicht mein Enkel. Hier ist noch eine Oma und ich bin alt genug, selbst zu entscheiden, meine Familie zu treffen. Ich bin auch fünffache Oma, nur leider wurde der Kontakt abgebrochen, da ich eine Verschwörungstheoretikerin bin. Ach, das tut gut. Ich möchte Omas für Selbstschutz auf die Straße rufen. Ich komme dann auch. Bin zwar nur süße 59, keine Oma, aber gehöre zur Risikogruppe. Und bin genauso wütend, wenn ich geschützt werde. Ich will wieder angelächelt werden, freie Kinder sehen. Selbst wenn ich durch die Maßnahmen geschützt werden würde, all das Leid, was dadurch in der Welt verursacht wird, landet damit ja quasi auf meinen Schultern. Nein, sterben wäre weniger schlimm als so eine Scheinheiligkeit. Ich bin 74 und kann meine Wut kaum noch zügeln. So eine Scheiße, da sind so kleine Dreihäufchen, habe ich in meinem Leben noch nie erlebt. Die DDR war ein Vogelschiss dagegen. So traurig. Wir sind stolz auf dich, Oma. Manche können eine Scheibe von dir abschneiden. Das tut mir sehr leid. Ich bin auch Oma. Die Wut habe ich meist überwunden. Ich entziehe mich den Situationen, wo sie getriggert wird. Ich glaube, die Wut wird absichtlich erzeugt und nährt das Ganze. Wir sind in einem Zeitenwandel, der von den Urvölkern und auch astrologisch vorausgesagt wurde. Bleiben wir in der Ruhe und der Liebe, spüren wir uns. Das brauchen die Enkel jetzt. Dem Wahnsinn da draußen sich entziehen und die Kraft nehmen, um die Entfaltung des Neuen zu unterstützen. So bleiben wir in unserer Kraft und können für die anderen da sein. Das Alter hat Weisheit, sonst würden wir das Ganze nicht durchschauen. Ich danke euch, dass ihr da seid. Na, dann muss ich mich aber auch jetzt mal als Doppeloma melden. Grinsen. Bin auch Oma und keiner sagt uns, was wir zu tun haben. Starke Frauen. Bin 68. Ich schütze mich vor der Regierung und vor der Giftspritze. Sie werden noch auf dem Boden der Tatsachen landen. Mit der Masche Tränendrüse denken die, dass sie Erfolg haben werden. Die halten uns für dumm. Das ist eine Beleidigung. Man sollte sie verklagen wegen Beleidigung. Bin noch keine Oma, aber ich staune, dass so viele Omas aufgewachter sind wie manche junger Mensch in der heutigen Zeit. Das tut mir sehr leid, aber ein Teil meiner Familie nimmt mich auch nicht so ernst und hatten schon viele Diskussionen. Aber wir bleiben standhaft und es wird sich bald alles zum Guten wenden. Herzlichen Glückwunsch und viel Freude und Liebe mit deiner Familie. Es kommt der Tag, wo deine Enkel erkennen, dass du sie schützen wolltest und ihre Eltern die Wahrheit nicht sehen wollten. Lass sie dich nicht unterkriegen. Bleibe stark. Willkommen Opa. Herzlichen Dank. Ganz lieb von dir. Dem schließe ich mich an. Die abtrünnigen Kinder kommen wieder, wenn sie bemerken, dass Mama Oma die Beste ist und mal wieder Recht hatte. Ganz sicher. Bin auch Oma. Wir wissen, was wir zu tun haben. Brauchen niemand dazu. Schon gar keine Regierung. Ich bin auch Oma. 72 Jahre alt und hellwach. War am 29.8. bei der Demo in Berlin dabei. Niemals werde ich mir die Giftspritze verpassen lassen. Bin auch Oma. Schütze mich und meine Familie selbst und bin froh, dass meine Kinder auch so ticken wie ich. Willkommen im Club. Fühlt sich gut an, nicht alleine zu sein. Ja, meine Kinder auch. Da haben wir nichts falsch gemacht. Super. So blöd, wie es jetzt vielleicht klingen mag. Aber siehe es positiv, wenn du noch solche Wut entwickeln kannst. Andere haben schon längst resigniert. Bin etwas jünger als du. Aber der innere Widerstand bäumt sich auch bei mir auf, auf positive Art. Das Blut kommt mal wieder in Wallung. Hui. Wir Omas haben noch Familie und Erziehung nach einem Vorbild genossen, was wir eigentlich als richtig angesehen haben. Ich frage mich jetzt schon seit über 15 Jahren, was bei uns falsch läuft. Unsere Kinder, jetzt 35 bis 40 Jahre, kann sich das nach unserer Schulbildung nicht mehr fragen. Bei uns läuft gar nichts falsch. Alles richtig gemacht. Jene sind falsch. Auch Großonkel sind für die Familie wichtig und gehören dazu. Da können die noch so viel versuchen, die Familien zu zerstören. Sippe bleibt Sippe und Friede den Hütten. Liebe Oma Ines, halte bitte durch. Mir geht es genauso. Habe eine kleine Enkelin. Nein, wir sind es doch, die die Familie zusammenhalten müssen. Die Wahrheit kommt bald ans Licht. Ob unsere Familie einverstanden sind oder nicht, sie werden müssen es verstehen, was auf uns zukommt. Sie werden uns wieder lieb haben. Denn Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn wir es verschwenden. Alles Liebe und beste Gesundheit. Frieden und Freiheit für unsere wunderbare Erde. Clara Das tut mir so leid. Ich hoffe, es regelt sich bald. Ansonsten biete ich mich gerne als Wahlenkel an. Einen ganz lieben und speziellen Gruß aus Bremen. Unsere Familie ist größer, selbst wenn wir uns nicht kennen. Bleib bitte stark. Halte bitte durch. Biete mich gerne als Ersatz an. Mich auch nicht. Kurzer Kommentar. Als Entgegnung wahrscheinlich auf. Ich lasse mich nicht impfen. Mann, oh Mann, das geht so weiter und weiter. Die jungen Menschen werden heute fast alle in den Schulen und Unis links programmiert. Das heißt, sie haben kaum Zweifel an dieser Regierung. Ist doch alles prima. Ja, ich bin auch Oma von einem 20-jährigen, hübschen, jungen Mann. So ist es. Einige sind reif, es zu verstehen. Bei anderen musst du geduldig warten. Eines Tages werden sie dich verstehen. Bald ist es vollbracht. Bleib stark. Bald werden die Kinder große Augen machen. Hahaha. Starke Omi. Weiter so. Was ist mit Oma und Opa in Heimen? Wer rettet sie? Danke. Das tut mir leid. Das wird sich bestimmt ändern. Ich wünsche dir alles Liebe. Ein trauriges Kapitel. Da habe ich auch keine Lösung parat. Außer man kennt Menschen, die dort beschäftigt sind. Das war eine Antwort auf die Heime. Ich bin Opa. Und lasse mich nicht davon abhalten, meine Tochter und Enkelinnen zu besuchen. Ich finde, man sollte seine Eltern erst gar nicht dort einweisen. Das ist doch eh schon wie aufgegeben. Eltern kümmern sich ihr ganzes Leben und das kriegen sie zurück. Das ist alles gewollt. Spalten, wo es nur geht. Kitas, nichts anderes. Ich fühle mit dir. Es gibt nichts Schlimmeres als Uninformiertheit. Guten Morgen, ihr lieben Omis. Es grüßt euch eine siebenfache Gleichgesinnte. Mädels, auf euch alle habe ich gewartet. Endlich. Bin ein glücklicher, stolzer Opa. Und gern mit euch Löwinnen als Löwe zur Verteidigung unserer Kinder und Enkel bereit. Bin sehr froh, dass es euch und wahrscheinlich noch viel mehr gibt. Auf geht's. Das ist wohl bald eine saftiges Entschuldigung nötig. Viel Glück und Gesundheit für sie. Viele liebe Grüße aus Bayern. Deine Enkel lieben die trotzdem. Können sich nur gerade nicht gegen das Diktat der unwissenden Ignoranten auflehnen. Aber der Spuk ist bald vorbei, Opa Sachse. Geht mir genauso. Kein Kontakt. Es tut so weh. Dieses ganze Jahr war so anstrengend. Und ich bin am Ende der Kraft. Ohne diese Alternativmedien wäre ich schon nicht mehr. Ich mache weiter ohne Impfung und Test. Schließe mich ebenfalls an in dieser illustren Runde. Alles, alles Liebe, auch für die werdenden Eltern. Und die Moral von der Geschichte. Angst ist ein schlechter Berater oder traue nie einer Information, die du nicht selbst recherchiert hast. Na dann, wenn es soweit ist. Alles Gute für euch. Dankeschön. Lieben Dank. Meine Mutter mit 81 Jahren leider nicht. Von Oma zu Oma. Das tut mir sehr leid. Ich danke Gott, dass meine Kinder mit mir fühlen und wünsche ihnen, dass ihre Kinder und Enkel zu Einsicht kommen und bemerken, was für eine weitsichtige, schlaue Mama und Oma sie haben. Liebe Grüße. Und ich danke ihnen für ihre Worte. Bin auch Oma und denke in den genannten Ansichten genau wie sie. Liebe Grüße von Herz zu Herz. Genau so machen wir es. Und nichts und niemand wird uns daran hindern. Ich bin ein freier Mensch und gedenke es zu bleiben. So wahr mir Gott helfe. Liebe Grüße. Ich schließe mich in dieser Runde auch an. Bin 66 und auch Oma. Mich ärgert es, wie man uns ältere Menschen behandeln will und auch noch Vorschriften machen wollen. Ich lasse mich nicht unterdrücken und lasse mir nicht die Freiheit nehmen. Gott sei Dank sind meine Kinder erwachsen und sind denkenden Menschen. Und meine Enkelin ist auch ein aufgewachter, selbstdenkender Mensch. Darüber bin ich sehr froh. Schön zu lesen, dass bei euch Omas der Urinstinkt noch da ist. Bravo. Wir sind viele und wir werden immer mehr. Tja, nach Bodo Schiffmann. Ich bin trotz meiner 61 leider noch nicht Oma. Aber meine Hochachtung geht hier an alle, die der kranken Regierung keinen Glauben mehr schenken. Ich bin keine Oma, aber ich bin voll und ganz bei euch. Ich auch. Ein weiser Kommentar von dir. Liegt hierin vielleicht die Lösung? Thailand als Vorbild. In Thailand liegt der Schnitt bei 0,9 Menschen pro einer Million Einwohner, die mit Corona verstarben. In Deutschland liegt er bei 188 pro einer Million und in China bei 3 pro einer Million. Wenn man viele unterschiedliche Kranke mit Corona zusammenführt, ist das eine dumme Nummer. Denn dann ergibt sich dort eine Erhöhung der Virenlast. Auch wäre es besser, die Bereiche mit UVC statt mit Alkohol zu desinfizieren. Man saugt Luft an, bestrahlt sie mit UVC und lässt sie keimfrei in den Raum zurückströmen. Das sei auch einer der Gründe, warum es in Deutschland so viele Infektionen in deutschen Krankenhäusern gibt. Man hat meist sehr enge, mehr Bettzimmer. Und die Patienten bringen unterschiedliche Keime mit. Größere Zimmer oder sogar Einzelzimmer würden diese Gefahr extrem eindämmen. In Thailand haben die Krankenhäuser generell Einzelzimmer. Tja, das haben sie wohl im Corona-Ausschuss Nummer 29 berichtet. Der entsprechende Link ist hier angegeben. Wir sollen die Wahrheit nicht erfahren. Liebe Ines, das tut mir besonders leid. Aber ich denke, die werden wieder auf sie zurückkommen. Und ich habe das Glück, dass meine Kinder und Enkel mit mir im Haus wohnen. Sie lachen zwar über meine Verschwörung. Deshalb behalte ich vieles für mich. Ich wünsche ihnen alles Gute. Verzweifle nicht. Ich weiß, wie du dich fühlst. Aufgeben ist keine Option. Gerade für die Enkel müssen wir stark sein. Ein sehr interessanter Link. Ich bin ebenfalls Oma und mir ging es ebenso. Gehe auf Demos und bin Gefährderin. Aber es findet sich ein Weg. Thema vermeiden und Geduld. Sie brauchen Zeit, die sie so brauchen. Ich wünsche dir viel Kraft. Schließe mich der Oma-Runde an. Die können sich warm anziehen, wenn wir Omas kommen. Erster Anfang. Keine Privatsphäre. Kein Eigentum. Die Welt im Jahr 2030. Da ist hier so ein Link angegeben. Weiß nicht. Gucke ich mir nicht an. Ich bin eine wütende Oma. Denn so habe ich mir meinen Lebensabend nicht vorgestellt. Milliarden Menschen in Angst und Schränken versetzt. Auf Grundlage einer Lüge. Mit uns geplant ist, kannst du hier erfahren. Lieg aus Kanada. Planung des... Naja und so weiter. Das nächste. Das ist das gesunde Selbstbewusstsein, welches wir gegen diese arrogante Regierungshampel brauchen. Diese Wut ist eine Energie, die sie frisch halten dürfen. Ja, die Schweinegrippe-Pandemie ist ihnen entlitten. Das darf nicht wieder passieren. Sie soll sich außerdem nicht um uns Großeltern kümmern. Wir haben schon einige Jahre ohne sie gut überlebt und werden uns den Kontakt zu Kindern und Enkelkindern ganz sicher nicht verbieten lassen. Unsere Kinder glauben den ganzen Schmarren nicht. Sehr gut. Bleiben Sie stark. Es wird demnächst einiges sich ändern. Gut so. So ist es. Das ist wunderbar gesagt. Richtig. Halten Sie durch. Es ändert sich in nächster Zeit einiges. Und die Kontakte kommen wieder und vergeben sie dann einfach. Liebe. Ja, dann gründen Sie diese Aktion. Der Name ist super. Die Wut ist jung, heißt ein Gedicht von Kabarettist Werner Schneider. Sie hält uns wach und achtsam. Amen. Das wird es. Was mit uns in Wirklichkeit geplant ist, kannst du hier erfahren. Lieg aus Kanada. Das finde ich schrecklich. Ich bin so froh, dass ich meine Schwiegermutter und meine Mutter daheim gepflegt habe. Ich danke Gott für die Kraft, die er mir gab, obwohl ich auch berufstätig war. Wenn ich mir viele Eltern mit kleinen Kindern anschaue, noch im Kinderwagen sitzend und eine Maske im Gesicht, da frage ich mich, was haben diese Kinder für Eltern. Ich verstehe Ihre Wut, obwohl ich noch vieles jünger bin. Mir macht diese Politik nur noch Angst. Der Virus ist dagegen ein Witz. Kein Ding. Können Sie ja nichts für. Onkels muss es ja auch geben. Na, die werden sich noch umschauen, wenn immer mehr Verschwörungstheorien Wahrheit werden. Nun, ich war erstaunt, wie viele ältere Menschen auf der Straße bei den Querdenkern zu finden waren. Fand ich super. Dreifache Omi. Danke. Es ist für mich unglaublich, dass viele Menschen sich nicht informieren und damit in eine ideologische Falle laufen. Auch dir und deiner Familie alles erdenklich Gute. Ich bin überzeugt, dass dieses System am Ende ist und in den nächsten Monaten über uns zusammenbrechen wird. Den unübersehbaren Schaden werden wir alle ausbaden müssen. Aber es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Dann aufbauen und besser machen, ohne diese spitzen Experten. Meine Hochachtung. Du hast den vollen Durchblick und weißt, dass der Spahn ein und so weiter ist. Und das lese ich jetzt mal nicht vor. Wie Steinmeier und Co. Deine Kommentare finde ich immer äußerst informativ und bemerkenswert. Bedeutet das, dass es erst zum großen Jupiter-Saturn-Ereignis am 21.12.2020 losgeht? Ich weiß nicht, was da los ist. Okay, grau und schlau. Okay, super. Also ich habe es jetzt wirklich geschafft, die 127 Antworten auf den Oman-Kommentar zu lesen. Also für alle, die immer noch glauben, dass der Widerstand aus Nazis besteht. Nein, es sind die Omas, mit denen ihr euch angelegt habt, liebe Leute. Also wer jetzt nicht langsam mal sich die Fakten anguckt und die eine oder andere schlaue Frage stellt, dem ist nicht mehr zu helfen. Tja, das war es mit diesem Beitrag von den Omas im Widerstand. Und dann ging es einfach. Höre es! Höre es! Höre es! Dreamsor ist. Höre es! Jahr 1700 herz! ce